Hey, die spottet uns hier. Das ist direkt ne Kamera. Direkt am Hut... Raum vor mir her, die krieg ich nicht zischtet. Boah krass, wir müssen jetzt was machen, ne? Warte, warte, warte! Smoke, 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 beeil dich! War nicht gut mit der Armus einzurennen? Also da links und dann rechts auch noch alles. Ja, in allen Ecken. Schön. LOL! Ich bin genau zur richtigen Zeit gekommen. Wie dumm waren die eigentlich? Genau zusammen in einer Linie, okay? Kann mir gerade einer erklären, was das war? Ich hab dir den Liefen gefallen beseitigt. Ich bin in drei Stück reingetreten. Ja, Hauptsache du bist dann mit der Armus weiter vorgepusht. Ja, ich wollte eigentlich wechseln. Ich meine, ich hätte auch gewechseln, aber naja. Mario? Schön mal. Ganz stolz auf dich sein. Du warst nützlich. Ja. 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 Wir haben so dritt gestimmt. Wir geben halt Kids. Ja. Geil. Geil. Er haut einfach mal den Stöder raus. Ach sorry, ist halt mein Ding. Ich bringe halt alle geil dazu. Ja, ich weiß. Einfach nur mit meiner sexy Stimme. Ah. Einer der ist Level 212. Der eine. Die haben auch zwei Premades. Einfach das schön. Scheiß Trolls. Jetzt hallway. Okay, ich kann nicht viel ausrichten. Die Bana ist auf. Macht jetzt auf. Die ist jetzt nach draußen gelaufen. Die ist weg, die haben da jetzt die Treppe hochgebracht. Ich weggele. Die Bana kommt jetzt mit Kids rein. Ist drinne. Das Latch steht im Hallway. Kommt jetzt auf zum Loch. Frieschen auch beim Loch. Moment. Einfach rein. Schön. Der Latch steht im Hallway. Der Latch steht im Hallway. Der Cabin ist im Hallway. durch gut gemacht alle jahre meine den das war genau die richtige reaktion ich erwartet Ich glaube aber, das war gerade nicht an dich gewünscht. Das ist ein Gespräch. Schade. Du hast dir den Huren-Song-Status noch nicht verdient. Oha! Du bist noch nicht lang dabei. Sollte es auf diesem Server eigentlich gehen, oder? Ja, das wäre ein krasser Rang, ne? Ich habe ihn noch nicht mal richtig gesehen. Chris, wir müssen uns da reinkommen. Warte, Chris, lass, 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 lass. Weißt du, als hätte er es schon auf der Tastatur getippt, ne? Hier kannst du übrigens auch aufschämmern. Na, wo? Ja, der Hämmer-Typ. Wirklich so. Ich fühle mich wirklich ungehämt. Hier kannst du übrigens auch aufhämmern. Ich weiß nicht, wo wir hier eine Camp haben, die mich die ganze Zeit campt, ähm, 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 ähm. Sie ist jetzt doch schon auf. Detected. Hast du mir jetzt allen Ernst? Ey, das soll ich... Ah! Okay, doch nicht. Mann, du klausst mir doch nur Klicks, ne? Weißt du mal, wie viel kühlst du gegen Kester? Geh weiter. Ey, ich will auch. Dankeschön. Schade, hätte er klappen können. Jetzt hat er noch eingekillt. Als ob. Was machst du denn? Er hat davor schon ziemlich viel gemacht, ne? Er hat mich, hat mich gekillt. Alter, was für ein Trottel! Macht er das absichtlich? Er ist verletzt. Er ist verletzt. Er ist verletzt, direkt vor dir. Nein. 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 Oh, du hattest ihn. Ey, weißt du, er töte zwei von uns. Das war ein 4k. Dumbass. What do you mean? Dude, I fucking free fired. And you fucking ran in front of me. I fucking did nothing fucking. Nein. Das ist deine Schuld! Der hilft dir jetzt auch nicht mehr. Jesus, cannot help you. Because you killed him. Second time. Dude, I was fucking spraying. He can see that I'm shooting my fucking gun. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Was ist das? Ich weiß nicht, er ist tot. Irgendwas war nur ein Bar. Bar ist tot. Bar ist tot. Zumindest einer. Einer ist vom Main entrance. Ich habe ihn angehittet. Es ist eine Doka Ebi. Oben. Bye. Ich ping mal kurz. Hey, hat die Game cooldown drin? Ja doch. Da kommt was zu dir. Hat die nicht einen längeren cooldown drin eigentlich? Hat was einen cooldown drin? Äh, das Handy. Dass man nacheinander nur so schnell callen kann. Nee. Schildträger. Das gibt's oft. Pirates. Ja, der ist links unten. Was? Was war das denn jetzt? What? Wie lange habe ich den überlebt? Aua. Ah, der könnte was droppen. Hält den Bart ist einer, Legion. Jo. Cavera unten. Zwei Leute, zwei Leute. Ja, ich weiß. Und der geht... Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schau mal, schau mal, schau mal, schau mal. Wie? Wie war das ein Headshot? Hä? Egal. Ich sag nur noch mein Headshot. Den Montagne treffe ich gerade so am Hintern. Man hat sein Bild gerade noch so Headshot. Ja. Äh, ich seh keinen im Raum. Ich hör von links, du warst im Train. Es ist keiner im Raum. Es ist keiner im Raum. Ja, aber in der Toilette ist wahrscheinlich die Hand. Warte. Wieso? Also... Hä? Der ist doch direkt im Hallway. Ich hab doch gesagt, links höre ich was im Train. Der ist aber nicht im Train, der war im Hallway. Direkt vor dir. Nein, da bin ich gegangen. Was danach passiert ist... Und... Zu Toilette ist ne Barrikade. Ja, im Train ist der Doc. Nein! Da kommt! Ich hab noch 20 AP gehabt. Na, rechts ist... Ne, 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 da grad aus. Halt! Jetzt geh doch lieber einfach rein. Problem. Deswegen, ich wollte eigentlich Doc schnell töten. Hä? Wieso? Ich kann grad schon wieder nicht zielen, Alter. Ist ja dumm. Wo ist der Doc hin? Der ist hinter. Hinter zu Daycare. Ich kann grad schon wieder nicht laufen und zielen. Ja, du siehst ihn, Christoph. Ah, ich kann schon wieder nicht laufen und zielen. Der ist runtergesprungen. Ich kann nicht laufen und zielen. Kommt da, grad aus. Der ist hier links hoch. Wahrscheinlich. Schön. Ich kann... Ich kann nichts mehr machen, Alter. Ich kann nichts mehr machen. Ja, ist okay. Ich... Kann aber noch was machen. Sei es auf Doc. Geh einfach in den Raum. Und Michi und, äh... Anti versuchen einfach zu saven, was noch zu saven ist bei ihm. Was gibt's nicht? Okay. Ja, stimmt ja, das ist ein Ding. Auffassung von hinten kann einer kommen. Auffassung von hinten kann einer kommen. Auffassung von hinten kann Doc kommen. Ausfahren. Eins. Er ist drin. Er ist verletzt. Jawoll. Schön. Sehr gut. Clip-tastic. Ich? Ja, quasi. 4 von 5. Also... 4 von 4. Clip-tastic. Clip-tastic. Ich... Mmh! Nice Aim-Bot! Warte. Das musste noch rein. Nice Aim-Bot. Das musste rein. Zack, 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 zack. So. Du sitzt am Lagerfeuer, sing das Lagerfeuer Lied. Das L.A.G.E E.V.E WELY Lied Und ich kling' richtig scheiße Weil ich gar nicht singen kann Weil ich gar nicht singen kann Anyways,ay, een? Bam 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 lingering Daha komm, nass ich hier Die Idee, so ist das. Taddeus! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Und darum, und darum, singt es doch ganz einfach mit! Oh yeah! War das nicht entspannend? Nein! Nicht entspannend. Ist das eine Pistole? Ja, die gibt es im Topp. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte davor unterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein! Äh, ja. Ach so, darfst du ruhen doch! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Die Achterwanne geht so ab! Die Stänze mit der Gänse! Ja, aber da! Ähm... Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Vielen Dank.